An diesem Raum finde ich echt immer, es ist der Wurm drin. Keine Tintake ab. Auch nach hinten. So sad. Ja, ja, da kommen wir. Hier meinst du so? Ja, da müssen wir dann nach rechts, ja. Ja. Das ist doppelt knapp. Sozial ist, was Heilung schafft. Das ist richtig. I'm so excited. Wenn es nicht jetzt schon vorher existieren könnte. Oh, oh. Toll. Tilgo ist Einzelworden mit seinen Waffen. Nice. Ich finde die Beschreibung von dem Ketten-Item sehr gut und informativ. Ja, ne? Ja, brauchst du die für Transmog? Ist geheim. Hallo? Hallo? Ja. Hat ihr mich mit oder was? Brauchst du die für Transmog? Ich hab schon dreimal geantwortet. Ne, wir hören dich nicht. Redest du? Nein, ich hab genau den gleichen... Zum Maul jetzt. Komm. Ja, nimm mal mehr. Oh ne, Hilfe. Ah! Verrecke, verrecke, verrecke. No, 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 Gesundheitsstein. Haha. Dein eigener Stein wurde dein Feind. Das ist nicht gut. Junge, wie ist sie denn rumgesprackt? Kommt ein Auge. Kommt ein Auge in ne Bar. Leider. Wer ist das hier schon wieder? Junge. Haaa, anti-magische. Ihr habt keine Macht hier. Ja. Aber ihr könnt ihn alle gerne umbringen. Sie erheben sieht das ähnlich gut aus. Burn it. Pilko hatte heute mexikanisch zum Mittag. Müssen wir uns gleich bewegen. Bewegen. Passt euch die Tentakeln auf. Und bewegt euch. Schall wiederholen? Jo. Tentakeln, Achtung. Schall wiederholen? Jo. Wer keine hat, kann mich anhandeln. Wer ist ich? Wow. Magermilch. Alter. Junge, ist ja nicht so, dass du ihn nicht mal irgendwie privat getroffen hast. Das hat ja nichts mit der Stimme zu tun. Ach so, ja. Da war nur Pantone. Tja. Habt dich dann nur ins Bett gebracht, ne? Oh, ey. Ja. Also, wie gesagt, dann danke für den Raid. Danke. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und wir hören uns dann am Montag. Also, wie gesagt, wir machen Dase Allo mythisch für alle nochmal. Dase Allo mythisch. Achtung, Achtung, Vogel, Rocktool. Ja, ich muss halt auch kasten. Pass doch mal auf, jetzt rockt du da mit dem Vogel ein bisschen. Was ist eure Meinung zu Mary-Kate und Ashley Olsen? Ja. Wer? Alter, die Olsen-Twins. Die sind ganz schön alt. Full House und so. Ah. Zwillinge gewesen? Fragst du gerade, ob die Olsen-Twins Zwillinge sind? Ich meine das Full House. Ja. Die haben sich immer abgewechselt. Avengers dabei? Alter, was? Nein. Bist du dir sicher? 100 Prozent. Bei Avengers? Ja, hier die Scarlet Witch, die ist doch... Nee. Nein, Mann. Die sind schon richtig... Ja, die sind 80 oder so. Auch Wasser wird zum ebenen Tropfen, mischt man es mit Hunde. Oh, der Laser. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I'm out. Oh Gott, ihr habt mich so erschrocken, dass ich nicht weitergeheilt habe! Ich habe darauf gewartet, ob etwas passiert! Ich bin... Ok. Ich bin wieder da... Alter, was war das so ein Wort? Ja, guck mal hier. Toll. Das war wie Full House. Cooles Tor-Rock-Tool, Mann. Ja, das ist natürlich nice. Mein Tentakel greift erst mal die Puppe da oben an, Alter. WTR ist das ne Scheiße. Mein Lieblingsschweinefilm bleibt für immer Schweinchen, Babe. Auf alle Fälle. So. Das hab ich nie gesehen. Toll. Oh mein Gott, ich hab das Schwein. Nice. Ja, aber jetzt sieh wieder zum Boss und würdest du sagen, dass wenn du mit dem Fußball spielst und mit ihm quasi im Tor umherrollst, dass du dann mit Ludwig Tortollen betreibst? Ach, du ahnst es nicht. Ist das dein Ernst? Guck mal, der ist voll nippurig. Der... Tobi jetzt. Nee, dieser Hai. So. Ah! Oh mein Gott. Die da auch noch, oder? Ja, jetzt, äh... Moment, ich würde mich gerne mal ein bisschen vermahnen. Ich bin in einem Kampf verwickelt. Toll. Dann rein da. Ey, von dem Hai da hinten, guck doch mal. Oh. Ja. Der hat Bock. Sauber. Er fliegt halt auch einfach. Guckst du dir an? Ja, das ist von Sharknado, so ein Darsteller. Das ist ein Schauspieler. Alter, wie voll ist denn die Bewerberliste eigentlich schon wieder, was denn hier passiert? Es ist schon ein paar Leute angenommen wieder. Ja, aber das ist ja schon... Alter, nee, das ist ja richtig krank. Sorgen wir. Let's dance. Ich hab Akko, ne? Kann auch nur passieren, wenn du mal auf den Falschen gehst, ey. Alter, ich geh nicht auf den Falschen. Du siehst doch, damit du Akko verlierst. Das ist ein Spott für dich. Wie richtig, Rocktool. Güte. Gehen wir jetzt rüber. Wenn ihr gleich belegt werdet, geht ihr auch wieder rückwärts. Beleg. So wie... Wie so ein Sandwich. Hey. Das hat ein Falschen, Rocktide. Saar nicht. In time, ja.